Gab es auch Herrscher, die selbst Gelehrte waren? Ja, gab es, natürlich. Und viele Herrscher haben sogar selbst vorgebetet. Die Herrscher damals haben vorgebetet und die Gelehrten, sogar die Laien, die Laien hatten eine hohe Stufe im Wissen. Damals in Bagdad, beispielsweise in Bagdad, hatten die Laien Stufen im Wissen, vielleicht heutzutage einen Doktortitel hat, ein Doktorand hat diese Stufe, weil es gewimmelt hat nur so von Gelehrten. Sie konnten Koran rezitieren auf schöne Art und Weise und hatten bestimmte Urteile auswendig. Damals war das Wissen sehr öffentlich. Natürlich, dein Nachbar ist Imam Ahmed und da links 100 Kilometer weiter ist Malik und über dir ist der Gelehrte so und so und drei Straßen weiter wohnt Sufjanus Tauri. Und natürlich, das Wissen war so verbreitet und so unter den Menschen wie bei uns heute Social Media. Stell dir mal vor, jeder, der in Social Media ist, liest Koran oder liest Hadithe oder Vertauer oder erklärt Bücher. So waren die damals.